So, herzlich willkommen, hallihallo Leute, zu meiner Antwort auf den dritten Teil der Anime- und Game-Quiz-Challenge-Bluftgedöhnt von Darkloud555, aka Lucidus, aka Dynamo, oder, äh, nein, nicht ganz. Äh, ja, selbes Prinzip wie bei den ersten beiden Parts, äh, wir werden mal schauen, ob ich die letzten 10 Punkte, die mir jetzt zum ersten Fehlen noch irgendwie gut machen kann, auch wenn ich das bezweifle. Gut, äh, Video starte. Los, hopp. Hopp. Ja? Moin, moin Leute und willkommen zum Quiz für den April. Und zwar ist das die finale Runde, sprich das Quiz 3 von 3 und ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, danke. Mal schauen. Ich höre Harui, gib mir das Punkte. Wie alt ist Ran im Anime? Ach, fick dich. Wie alt? Äh, ich schätze grob 16, keine Ahnung. Wie heißt der Held aus Monkey Island mit vollem Namen? Guybrush Threepwood. Das ist der bescheuertste Name für einen Piraten, den ich jemals gehört habe, aber trotzdem ist er stolz drauf. Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Wie lautet sein Name? Äh, der ist aus Death Note. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, Hürsebe. Ach man, ich hab doch wenigstens den Film gesehen. Aus welchem Teil stammt dieses Final Fantasy Battle Theme? De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Das ist Teil 9, normales Battle. Das Lied heißt Battle 1. Im Soundtrack. Battle No. 1, wie auch immer. Aus welchem Anime stammt dieses Opening? Wie schwer. Fairy Tales. Aus welcher Spieleserie stammt dieses Lied? Wie heißt dieser Charakter? Ach, wie hieß die nochmal? Äh, irgendwas mit N. N-N-Nagat-to? Wie hieß die Frau im ersten Donkey Kong im Jahr 1981? Sie hieß, äh, Pauline und war nicht mal eine Prinzessin. Der fette Jumpman wollte sie einfach so retten. Zu welchem Anime gehört dieses Lied? Habe ich, glaube ich, nie gehört. Aus welcher Spiele-Serie stammt dieser Charakter? Nein, das ist nicht das Lied aus der Super Perforator-Werbung. Das ist Slime aus Dragon Quest. Oder Dragon Quest Monsters oder Dragon Quest was auch immer. Und die Master-Frage. Schon? Oh nein, ich wusste doch so wenig. Warum heißt Final Fantasy eigentlich Final Fantasy? Willst du die ganze Story? Ähm. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wusste ich mal, aber keine Ahnung. So, Leute. Das war's dann auch schon wieder mit dem Quiz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann nächsten Monat beim Anime-Quiz. Reines Anime-Quiz. Yay, bis dann. Ja. Ja. Nice. Es war an sich eigentlich alles leicht, aber ich wusste nix. Ich kann es nicht. Ich bin so Failer. Bei dem Lied, ob das wirklich das EarthBomb Jam ist, weiß ich. Keine Ahnung. Es ging mir so durch den Kopf. Ich meine, es darf schon mal gehört sein. Aber egal. Gut, das war's von mir erstmal. Bisher soweit heute, äh, viel gewusst hab ich nicht. Oder zumindest nicht sicher. Ja. Also dann. Tschö, tschö.